Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass sie so zahlreich erschienen wird nach dem sehr ernsten und wichtigen Vortrag. Wollen wir zu einem noch ernsteren und noch wichtigeren Thema kommen. Wie wir schon an der Erfolge gesehen haben, geht es um einen fundamentalen Worldismus in unserer Zunft, nämlich den zwischen Code und Daten. Ich habe in nächstelanger Forschung folgendes Schaubild des Status Quo erstellt, oder ermittelt und dann erstellt. Der eine Nacht hat ermittelt, der andere Nacht hat es erstellt. Und diese zeigt, natürlich nur schematisch, hat es stark vereinfacht, wie sich unser Feld, das Feld unserer Disziplin, ungefähr einpfeiert. Dann gibt es einmal das Königreich des Codes, das Kingdom of Code. Ich habe diese Folie auf Englisch gemacht, weil ich die Präsentation eventuell später noch mal auf Englisch halten will, dann muss ich sie nicht normal bauen. Das Kingdom of Code besteht aus so freundlichen Metten, einem bekannten wie einer Schleife, die ewig etwas rausführt, oder diesem jafanischen Importgut, das dann auch umgiblich das tut, was ich meine. Oder auch der Klassiker, die Einführung. Eine World habe ich mir gespart, aber das kann man sich dazu denken, wenn eine Probe gespart hat. Oder wir sehen hier Dinge, die dynamisch sind, die arbeiten, die Aktionen beschreiben. Mit anderen Worten, Programmcode. Würde mir auch nicht jeder zustimmen. Auf der anderen Seite befindet sich das Empire of Data. Mit solchen freundlichen Gewohnheiten wie dieser Liste, die, wie vielleicht jeder sieht, etwa dem entspricht, was sich unten links in Kingdom of Code befindet. Allerdings in einer etwas anderen Form. Es ist ebenfalls in Fibonacci-Folge, aber dargestellt als harte Fakten, aber als eine ähnliche Nähe von Daten. Oder auch dieser freundliche, naja, nicht so freundliche Geselle, den vielleicht der eine oder andere schon einmal gesehen hat, oder betroffen hat, in ähnlicher Form. Das Empire of Data ist, wie dieses Schaubild jetzt darstellt, irgendwie auf der dunklen Seite. Deswegen vielleicht auch dieses Empire, aber das muss jetzt nicht gern mitgedacht verstanden werden. Man könnte allerdings sich auch noch dazu eine Wand aus fiesen, stacheligen, ich will es in Klammern vorstellen. Schwer bewacht. Aber wofür verschanzt sich dieses Empire mit seinen glücklichen XML-Tags? Und was scheut das Kingdom of Code? Was ist dieser Bereich dazwischen? Dieser nicht Tag, nicht Nacht, nicht hell, nicht dunkel? Der Übergang? Die Grenze? Was ist dieses unbekannte Territorium, in das wir uns nur selten vorwagen? Entweder arbeiten wir im Königreich oder im Empire, aber wir arbeiten nicht dazwischen, oder? Nicht bei Gust jedenfalls. Ich habe das in meiner wissenschaftlichen Forschung als die Access of Divers bezeichnet. Und warum ich das so nenne, und warum die so gruselig ist, oder so vorteilflössend ist, oben auch. Das möchte ich hoffentlich in dem Vortrag zumindest anreißen. Komm, wir nähern uns dem Problem aus der Sicht, zunächst aus der Sicht des Empire of Data. Es handelt sich dabei um, naja, ich möchte es wirklich nicht zu negativ darstellen, ich bin allerdings Programmierer, insofern sind wir Daten, aber wenn man sowas sieht, muss man sich schon manchmal, ein bisschen, naja, grausel. Naja, das ist nicht so schlimm. Aber hier würde ich auch wahrscheinlich zustimmen, dass es sich hierbei um Daten handelt, um ein Dokument vielleicht, oder um einen Datensatz. Etwas, das einen Zustand beschreibt. Oder möchte ich mal wieder sprechen? Ich nehme übrigens gerne jederzeit ein Wirkwürdige, den ich aus dem Konzept bringe, um spätere Fragen nicht mehr beantworten zu müssen. Oder um meinen Vortrag, die große Linie meines Vortrags zu bewerken. Das ist irgendwie auch eine Form von Daten. Die hat so eine recht moderne Schreifweise, die mir jetzt erst begegnet ist, dass man dieses Komma in dieser Notation anhand der Zeile stellt, aber eigentlich ist es egal. Es handelt sich um die gleiche Repräsentation eines hierarchischen Dokuments, oder sowas, wie das, was wir da vorgesehen haben. Mit etwas anderer Sündfachs natürlich. Aber es ist irgendwie eine Repräsentation von einer endlichen Menge von harten Fakten. Das hier ist ein aus grauer Vorzeit. Hier kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Nämlich, also zum nächsten Bereich, zu dem Kingdom of Code. Jeder wird schon diesen netten Herrn einmal gesehen haben. Das ist sozusagen der Vorsteher, der Amtsvorsteher dieses Königreichs. König wäre vielleicht falsch, aber jeder kennt ihn irgendwie. Wir haben im Königreich des Codes recht profane Programme, die irgendwie auch etwas mit Daten machen, aber sie machen dem etwas mit Daten. Also sie sind nicht nur beschreibende passive Objekte, sondern zum Beispiel in diesem Fall eine Schleife, die nicht so etwas besonders Nützliches tut, aber zumindest etwas tut. Oder wie in diesem Fall die Beschreibung einer Person, die eine bestimmte Fähigkeit hat. Und ich kann diese Beschreibung zum Leben ernecken. Und kann damit etwas malen. Zeitlose Kunstwerke erzeugen. Die Ausgabe von diesem Schnipselchen, ich gucke mal zur Seite, wahrscheinlich sollte ich besser nachgucken. Die Ausgabe, das, was dieser Code erzeugt, wir haben unsere Daten. Also es gibt da durchaus Berührungspunkte. Aber in unserer alltäglichen Sicht der Dinge besteht eine Trennung zwischen diesen beiden Bereichen. Auch das ist Code. Welche Sprache das ist? Um welche Sprache es sich handelt und was das Programm tut? Ja, das ist die einzige postmodelle Programmiersprache in der Stadt. Und das ist tatsächlich ein ausführbares Programm. Ich habe es noch ausprobiert vorhin. Das 99 Models of 4 Spiel. Oder Ausgabe, wie auch immer. Und hier sehen wir irgendwie auch schon ansatzweise, dass sich Code auch wie ein Objekt verhalten kann. Und nicht in diesem Fall wie eine Ansatzung von mir. Nichtsdestotrotz handelt es sich eigentlich um ein, irgendwie ein anderes Ding. Was ist also der Unterschied von, was trennt diese beiden Welten dann? Ja, wie gesagt, wir haben eine Beschreibung von einem Vorgang, der passive Daten konsumiert, verändert, provoziert. Und wir haben diese Daten. In diesem Fall haben wir eine in einer etwas umständlichen Form notierten, eine umständliche Notation, eine Person mit Vor- und Nachname und Todesjahr. Und wir haben da keinen Datumstypen. Und auf eine gewisse Art, könnte man sagen, es handelt sich bei so einer Person um Daten. Aber die Sprache, die aus dem Königreich des Codes stammt, erlaubt es mir nicht, diese Daten, wirklich wie Daten zu behandeln. Wer einmal kennt diese Sprache, ich kann nicht ohne größere Kopfstände zum Beispiel diese Beschreibung von Daten fragen, welche Fehler kennst du, wofür stehst du, oder sowas in der Richtung. Ich muss das vorher wissen. Ich kann nicht über hof vorhersehbare, über hof hergesehene Dinge damit tun. Dazu müsste ich es dann vorher umwandeln in zum Beispiel ein XML-Dokument, das ich dann mit einem anderen Werkzeug wiederum umwandle, in eine Repräsentation, die das erlaubt. Nichtsdestotrotz arbeiten wir tagtäglich, oder viele tagtäglich, mit, ja, sperren Leute Daten ein in diese Form von Code, die uns nicht erlaubt, damit sinnvoll zu arbeiten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, so ein Personenobjekt aufzubauen, in diesem Fall ein JavaScript, die ziemlich nah an dem Leute ist, was wir da gerade in Java gesehen haben, das war übrigens Java, das wir es jetzt vorgesehen haben, habe ich glaube ich nicht erwähnt. Und jeder wird sagen, wo ist hier die Trennung? Die Daten sind gewissermaßen verwischt mit dem Code, oder verbogen in meinem Code, aber es ist ja eine Sequenz von Operationen, die da durchgeführt wird, die in den Datenobjekten aufbaut. Und am Ende ist das eigentlich äquivalent zu sowas, das ist ja quasi der Stein der Weisen, den der Herr Brandon Eich da gefunden hat, Daten einfach hinzuschreiben, wie sie in Strukturen sind, also eine literale Syntax für Objekte zu haben. Aber es steckt schon, also dieses Hagen steckt schon in den Namen, JavaScript Object Notation. Das ist eben keine Tabelle, oder kein Map, oder wie man es nennen möchte, kein Dictionary oder sowas. Das ist nämlich ein Objekt. Ein Objekt mit Members, und im besten Fall, wenn man die auch noch verschrecken, damit da keiner was mitmachen kann. Daraus begraht es natürlich nicht, aber man merkt schon, woher aus welcher Richtung das kommt. Weil letztlich handelt es sich dabei wieder auch um so eine, ja, um unbedingt eine Ansammlung von Daten. Und mit so einem JSON-Dokument arbeiten wir mittlerweile auch ziemlich oft, tagtäglich, zumindest denjenigen, die in diesem Bereich tätig sind, werden wahrscheinlich täglich damit zu tun haben. Und wir behandeln solche Objekte aber völlig anders, als wir zum Beispiel eben diese ominöse Preußen-Klasse behandeln würden. Also wir sind deutlich, ja, wir behandeln sie deutlich dynamischer, oder serialisieren sie, die serialisieren sie, während wir hier mit so einer Repräsentation deutlich mehr haben. Und warum liegt das? Kommen wir kurz zu einem Zwischenspiel sozusagen. Evil is Evil. Das ist eine Winsen-Weisheit sozusagen. Und warum, das sieht man hier. Was passiert? Es wird ein User-Input in ein zu evaluierendes Code-Fragment eingebettet. Per String-Konkratzung, ich hoffe, jeder kann vorrücken. Und was kann die Schieb gehen? Jeder hat mal Treppe hier, wenn ihr das weiß ist. Also, ja, gerne. Ja, das ist ja okay. Ich werde die Klammer einfach zumachen und beliebige in anderen JavaScript-Code dazu schreiben. Genau. Das sind jetzt die Klammer und das Antwort ich sage. Genau. Und was fehlt also in dieser Sprache? Hier? Das Ding. Richtig. Das heißt, eigentlich wäre es ganz schön, wenn ich in einer Sprache, in der ich ein Werkzeug bedient werde, auch in der Lage wäre, diese Daten so zu beschreiben oder so zu verarbeiten, dass ich eben auch wirklich sicher evaluieren kann. Zum Beispiel, wenn sie kommen mit Benutzer starten, ja. Wenn das eine auf einer trauungsunwürdigen Quelle starten. Ich muss ja nicht mal darum gehen, dass es exploited wird, sondern es kann auch einfach sein, dass es eben mögliche Benutzeingaben sind, die in Anführungszeichen bleiben. Das ist ja wirklich auch möglich. Aber eigenartigerweise alle Sprachen, die dieses E-Rey-Konstrukt haben, oder zumindest die wenigsten, die mir bekannt sind, haben eine irgendeine Form von ja, Escaken-Mechanismen, die sicherstellen, dass das nicht passieren kann. Weil dann muss man relativ umständlich arbeiten oder ein bisschen indirekt. Und natürlich ist das hier, wie ich den Code zusammenbaue, eine sequentielle Geschichte. Also ich arbeite hier mit Strings, die ich irgendwie kompatiniere. Und Code ist aber keine serialisierte, also keine serielle Form. Es ist ja eine Struktur, eine hierarchische Struktur. Ein Bauraum eigentlich, ja. Und hier wird mir vorgekauft, dass ein Code halt eine Folge von Zeichen ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Ah ja, richtig. Das heißt, das wäre also eine Variante. Aber viel schlimmer ist eben, dass es auch ein praktisches Programm, wo ich die Welt tatsächlich benutzen möchte, um aus Daten ausführbaren vorzumachen, wie dieses Mittel nicht gegeben ist. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass die Sicherheitsdienung ausführbar entstehen. Nun könnte man sich fragen, wenn das der X und L ist, was ist dann das? Hat das jemand schon mal gesehen? Hoffentlich nicht. Das habe ich tatsächlich im Internet gefunden. Es handelt sich dabei um die, ja, um eine Beschreibung von einem Programm in Form von Daten. Also in Form von in diesem Fall X and L. Jeder kann das, wenn er das in Beklang für eine Weile anschaut und sich ziemlich viel anstrengend kann man eigentlich was nachvollziehen, was da passiert. Dieser Kollege hat wahrscheinlich diese Inspiration, die Inspiration geliefert, Die wunderbare Sprache OX event, welche, glaube ich, das heißt, glaube ich, Object Oriented X and L. oder sowas. Also sozusagen, worst of both words in einer Sprache verein. Was hat dieser Herr entdeckt? Das ist tatsächlich irgendwie eine Masterarbeit oder sowas, aus dem Jahr von 2002. Er hat entdeckt, dass man Code, wenn man in einen Parser steckt, dass das hinten raus ein Einstags-Syntax-Crew kommt, ja. Das heißt, wenn ich mein Programm direkt in X and L schreibe, habe ich plötzlich ganz coole Möglichkeiten. Ich kann Code erzeugen, weil X and L kann ja über XSAT zum Beispiel neue X-Mal-Dokumente erzeugen. Und XSAT selbst ist ja wiederum auch X-Mal. Das ist wunderbar. Okay. Also people who didn't bring you AI. Wir haben, wir hatten mal jemanden mit Lisp-Tuning gehabt. Sehr schön. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich gemerkt haben. Oder diejenigen, wenn es gemerkt haben, das, was dieses OXML beschreibt, lässt sich auch wunderbar in Form eines Lisp-Programms oder in diesem Fall des Kiemen-Programms formulieren. Das ist eine Möglichkeit. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dieses OXML-Beispiel genau machen soll. Das schien mir ein bisschen sinnlos, was ich dann versucht habe zu übersetzen. Aber am Ende ist es nur eine deutlich umständlichere Möglichkeit, hierarchische Datenstrukturen aufzuschreiben. Und eben viel mehr bleiben wir uns. Und ich glaube, das ist nicht so etwas, womit man sein Akku bringen möchte. Wenn es nicht nur noch etwas von Anstrengungen geht. Weißt du mal ungefähr, wie alt diese Innovation ist? Ich bin sicher. Ja, genau. Sogar weiter. Also ich glaube, die erste Beschreibung ist datiert auf das Jahr 1959. So muss ich mal brauchen. Also, um sozusagen den Bogen zu schlagen, was ist das? Stellen wir uns vor, das X ist ein XML-Tag, ein öffnender XML-Tag und damit hätten wir noch ein schließender plus ins Rücken drücken. Und dahinter hätten wir noch einen schließenden plus Tag. Dazwischen sind ein paar Chart-Elemente mit den Werten 1, 2 und 3. Das kann man eben wieder so lesen, dass es eine Addition von drei Zahlen ist. Der Operator ist eben das, was vorne steht. Ich kann es aber zum Beispiel in Ruby ausgedrückt auch als eine Liste von einem Symbol plus, gefolgt von den Zahlen 1, 2 und 3 lesen. In anderen Worten, dazu komme ich später, aber in anderen Worten, das ist sowohl ein Programm als auch eine Datenstruktur. Das handelt sich nur noch das Gleiche. Das, was in den meisten Programmen gesprochen der Parse leistet, also das menschenlesbare Programm in einen Abstract-Syntext-Stream zu überführen, natürlich passiert das bei Lesbar auch, aber der Syntax-Stream ist 1 zu 1 das, was ich in, ja auf jeden Fall komputiere. Also es ist die Kluft zwischen dem, was ich da hinschreibe und dem, was der Compiler oder der Interfellteile macht, ist viel, viel geringer. Und ich habe überhaupt Zugriff darauf. Das ist nämlich in dem Markt auch nicht möglich. Kommen wir zu dem, das führt uns zu dem sogenannten Macro Club. Und die erste Regel des Macro Clubs ist natürlich don't use a Macro. Das heißt don't use a Macro. And the third of the Macro Club okay, you may use a Macro. Macro vorwärts. Warum kommen wir jetzt zu dem Macro Club? Diese Frage wird sich jeder gestellt. Macros sind etwas, das in Sparten wie Lisp möglich sind, weil sie mit Zugriff auf diesen Syntax-Tree geben. Weil man sozusagen schon der Syntax-Tree ist. Natürlich es gibt zum Beispiel für Ruby ist mir das bekannt eine Erweiterung, die nennt sich dann auch Ruby-Ast, die mir erlaubt, den diesen Past-Tree oder den Syntax-Tree dann programmatisch zu verarbeiten. Das ist Second-Class-Citizen sozusagen ein Error. Das, was ich da verarbeite, ist natürlich deutlich komplexer als der Code, den ich hinschreibe. Während hier die Club viel, viel geringer ist. Ich habe mir als Beispiel vorbereitet. definieren wir das WTF-Makro. Beziehungsweise, wie man hier schon sieht, im Dialekt, den ich hier verwende, wenn ich ski, schreibt man gar nicht mal define macro, sondern define syntax. Weil das, was wir hier tun, ist am Ende das, was in anderen Sprachen Syntax ausmacht. Also, wenn ich zum Beispiel ein If-Statement habe, ist das ja etwas, was in meiner Sprache hart verratet ist. Also, ich kann nicht in einer Sprache wie breiten meinetwegen selber ein Konstrukt formulieren, das sich wie If-Statement behält. Nur über Umwege, indem ich halt irgendwie lander Ausdrücke aus und rum irgendwie bestimmte Branches machen und solche Sachen. Aber ich kann nicht eins zu eins dieses Syntax-Konstrukt erzeugen oder implementieren. Und in Lisp ist das genial. Also, zum Beispiel in diesem Fall, ich verwende hier diesen Syntax-Rules Matcher. Das ist so eine Art Pattern-Matching Convenience. Sache, das ist nicht so wichtig. Das macht einfach nur, dass ich, wenn ich dieses Makro benutze, diese drei Folgen, also Operanten quasi erwarte und dann übersetze ich das in dieses Konstrukt. If ist eingebaut als Basisfunktion. Irgendeine Art von konditionalem Operator muss halt vorgegeben sein. In den meisten ist es in Bit. und ich definiere Wtf so, dass die Bedingung gleich Wtf ist, das Symbol Wtf ist, diesen Zweig in Ausführung und den anderen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, wo das dann eben zutritt, dann übersetzt mir der Compiler zum Beispiel zur Compile-Zeit, bevor das Programm oder das Programm gebraucht wird, expandiert es dieses Wtf, was wir eben definiert haben, in diesen If-Ausdruck, den ich davor geschrieben hatte, oder den ich eben als Expansion gerade definiert habe und setzt das quasi literat ein. Um das total einfach nachzuvollziehen, was hier passiert. Aber ich bin in der Lage, mir ein spezialisiertes If zu bauen, also sozusagen die ich kann die DSL ich brauche keine DSL Library oder sowas das ist einfach immer eine DSL. Und das Ergebnis hier ist natürlich S. Jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, was ich gerade schon kurz vorweggenommen habe. Compile ist also das, was wir davon halten. Es gibt keinen fundamentalen Unterschied zwischen einem Programm oder einer Funktion oder einer Beschreibung von einem Vorgang oder sowas und einer Rahmenstruktur. Es ist nur die Art, wie wir darauf blicken. Und wenn wir diese Unterscheidung nicht hinnehmen, dann ermöglicht sie uns viel mächtigere Konzepte oder viel mächtigere ausbildstärkere Programme. Und bedanken geht das Gleiche. Also wenn ich Code wie Daten behandeln kann, kann ich natürlich im Umkehrschluss auch Daten wie Code behandeln, weil ich kann eine Liste, wie Sie hier hingesehen haben, plus 1, 2, 3 aus der Datenbank auslesen und kann dann aber Sie umwidmen zu einem Stück Code und Sie in meinen Evaluator stecken oder in meinen Teile stecken. unter Ende über eine Liste Miete-Stunde und gehirnexpandierende Expansion vorzunehmen. Vielen Dank.